Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin der Supervati und wir spielen zusammen Dead Island. Wir sind auf dem Dach angekommen und jetzt geht das hier rund. Jetzt geht das hier richtig rund. Jetzt muss ich kurz gucken und realisieren. Ich brauche das immer zum Schießen. Ja, zuck. So, den haben wir schon mal. So, da kommen aber noch gewaltig mehr. Da ist einer. Ich habe dein Köpfchen gesehen, Junge. So, das war ein Headdy. Was haben wir hier denn noch? Eine Schrotflinte. Eine Granate. Ui. Das nehme ich doch tatsächlich nicht mehr mit. Ach da, ich dachte, da konnte man rein. Nehmen wir Lichter machen. Ne, da kann man nicht rein. Das ist alles voller Sprengstoff. Gut, hier haben wir das. Was haben wir hier denn noch? Hier war nur Heilung. Okay, nehme ich mal gleich eine. Heilung und Heilung. Okay, Licht aus. Dann können wir uns schlechter sehen. Brauche ich mal. Den nehme ich noch mit. Hier ist auch alles voll. Grenades. Den nehme ich auch mit. Zuck doch. Hey du. Wo haben wir denn noch einen? Da liegt einer. Da liegt einer. Ich glaube, der ist dahinter, oder? Oh, scheiße. Da oben ist auch noch einer. Oh, das war gar nichts. Oh, was liegt hier denn noch? Pistolenmunition. Okay. Okay, aber die Pistole will ich mitnehmen. Meist ist das eigentlich eine gute. So, das Holzbrett. Komm weg. So, wo bist du denn? Oh, nicht. Na, verdammt. Ach, steck dein Köpfchen da mal raus. Okay, mal sehen, was das bringt. Oh. Also nicht. Gut, den haben wir auch. Oh, da kommen noch mehr. Oh, erstmal zurück. Oh, scheiße. Da sind ja noch richtig viele. Gut, dann müssen wir schon was von mit. Okay. Okay. Junge, Junge. Wie viel sind da denn? Boom, das war ein Headdy. So, Jungs. Da hinten ist einer. Das war übrigens schon mal ein Treffer. Nach der Empfehlung ist das gar nicht so leicht. Noch ein Treffer und ein Headdy. So würde ich das sehen. Aber erstmal muss ich zurück. Ein bisschen Heilung. Okay, haben wir noch ein Snickers. Ja, Snickers. So. Wo haben wir denn? 30 Meter in die Richtung. Okay, Munition ist hier immer schon mal genug. So, das war auch cool. Okay. Na, verdammt. Was ist das denn für ein Typ? Schießen kann da wenigen Jungen. Oh, das ist doch kacke. Ist das doch. So, wo war Heilung nochmal? Ah, war Heilung. Das haben wir. So, gehen wir nochmal hier lang. Holzbrett bleibt liegen. Die treffe ich auf Anhieb und den anderen da nicht. Wo sind sie, wo sind sie? So, dann laufe ich auch. Oh, da kann ich nicht rein. Ah, verdammt nochmal. Jetzt kommen sie von hinten. Das ist ja kacke. Oh, da kommen die Spawn, die hier noch drin sind. So. Oh, da ist noch ein fetter. Ja, hau uns leere. Oh, da ist noch ein Typ. Bastard Wir haben keine Wahl hier, oder? Dieser Virus schreckt die ganze Welt. Aber sie ist auch nicht verloren. Es ist leicht, zu töten Millionen von Menschen zu töten, nicht wahr? Bleib zurück! Sie sehen gar nicht menschlich! Stopp! Aber zu töten jemanden, den du liebst? Das ist nicht so einfach, ist es? Oh oh... Oh nein, sie hat ja auch gerade getötet, den Schwein. Blöde Drecksau. Die hat so töpfer gekämpft. Oh oh... Was passiert da? Er mutiert. Boah, äh... So, wo ist er? Da ist er. Okay, den können wir... So, äh... Fertig machen, wie die... Scheiße! Er hat mich runtergeschmissen. Blöde Drecksau. Oh scheiße, hoffentlich müssen wir den nicht nochmal wieder von vorne machen. Okay, nehmen wir hier mal wieder alles mit. Granaten. Oder kommt er hierher? Oh, die können wir noch ein bisschen Cash sammeln. Das ist der stärkste. Das ist der stärkste. 100 Cash. Medikid. Okay, aber wir haben uns noch nicht bis hin. Wo kommst du denn jetzt schon mal her? So... So... Oh, was liegt hier viel rum? So, wo ist Homi denn? Ne. So! Da haben wir ihn. So! Er war richtig. Benoi ist verloren. Wenn nicht ihn, dann wird jemand anderes schnell senden einen Nuker mit unserem Namen auf. Je schneller wir gehen, desto besser. Komm schon! Komm schon! Komm schon! So! 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 müssen wir aber noch auf jeden Fall auf Level 50 kommen, bevor ich das nächste anfange. Das bedeutet, wir sprinten dann noch im ein-, zweimal, ja, nochmal durch. Ja, das ist ein geiles Spiel, macht auf jeden Fall Laune. Lass ich den Abspann noch im Durchlaufen. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020